Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Mein Name ist Sven Frank. Herzlich willkommen, ihr Speedlearner da draußen, zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Und heute möchte ich euch ein Buch vorstellen, das sich der 5 Uhr Club nennt, von Robin Sharma. Gestalte deinen Morgen und in deinem Leben wird alles möglich. Ja, dieses Buch wurde mir von einem Freund empfohlen. Und wie das so ist, wenn mir Freunde Bücher empfehlen, ich lese sie durch und probiere dann natürlich die entsprechenden Techniken darin auch aus. Und in diesem Buch geht es nun um die zunächst einmal Theorie. Mehr ist es beim Lesen nicht. Was passiert, welche positiven Auswirkungen es auf den Körper und das Leben hat, wenn man morgens um 5 Uhr aufsteht. Wobei tatsächlich 5 Uhr mehr so ein Symbol ist. Es geht eigentlich eher darum zu sagen, man steht eine Stunde früher auf, als man muss, um sich quasi gemütlich in den Tag zu begeben. Wenn ich um 5 Uhr aufstehe, ist es tatsächlich so, dass ich 2 Stunden zur freien Verfügung habe. Und ich hatte diesen Sommer im Urlaub das zum ersten Mal ausprobiert, weil mein Gedanke war, dass ich auf der einen Seite während des Urlaubs die Möglichkeit haben möchte, Dinge, die auflaufen, abzuarbeiten. Das ist, wenn man selbstständig ist, einfach der Fall. Da bleiben die Sachen nicht liegen, sondern man arbeitet sie weg. Und gleichzeitig wollte ich natürlich Zeit mit meiner Familie verbringen. Also dachte ich mir, ich nutze die Zeit zwischen 5 Uhr und 7 Uhr, weil gegen 7 Uhr für gewöhnlich der kleinste Teil meiner Familie anfängt aufzuwachen und dann natürlich auch die Aufmerksamkeit zurecht möchte. Und so habe ich mir überlegt, ich nutze dieses Programm, um 5 Uhr aufzustehen und teste einfach mal, was so passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Buch an sich geht da um eine Geschichte. Die Handlung dieser Geschichte ist absoluter Käse. Und die Sprüche und philosophischen Fragmente, die da drin sind, sind einfach diese Standardfloskeln. Und vieles davon ist auch einfach übertrieben und einfach nur langweilig. Aber die Technik an sich, um 5 Uhr aufzustehen mit den entsprechenden Erklärungen, was da im Körper biochemisch abläuft und welche Wirkung das frühe Aufstehen auf Körper und Geist hat, das ist tatsächlich enorm. Und ich möchte euch einfach mal so ein paar Beispiele geben, was sich jetzt bei mir getan hat. Einmal in der Zeit, in der ich das umgesetzt habe und dann aber auch in der Zeit, in der ich pausiert habe. Mittlerweile ist es so, dass ich wieder zu den 5 Uhr Aufstehern gehöre. Also zunächst einmal passierte Folgendes. Mein Wecker klingelte und das Ganze wurde von mir ausprobiert, als ich dieses Buch noch nicht zu Ende gelesen hatte. Ich war also noch mitten im Leserhythmus drin. Und jetzt war es so, dass der Wecker um 5 Uhr klingelte und ich wirklich Schwierigkeiten hatte, mich aus dem Bett zu kriegen. So, und jetzt ist natürlich das Prinzip dieses 5 Uhr Clubs auch das, dass man sich sagt, warum soll alles im Leben eigentlich einfach sein? Tatsächlich ist alles, was besondere Resultate bringt im Leben, ein Resultat von permanenter Disziplin und durchaus angemessener Anstrengung. Wenn man seinen Körper fit halten möchte, dann muss man etwas dafür tun. Wenn man einen Garten haben möchte, in dem alles wächst und gedeiht, was man so zum Leben braucht, muss man etwas dafür tun. Wenn man möchte, dass in seinem Unternehmer die Mitarbeiter entsprechende Leistung bringen können, muss man etwas dafür tun. Das heißt, man bekommt nichts geschenkt. Es gibt auch so dieses schöne Zitat oder diese Metapher, vielleicht auch diesen Witz, bei dem jemand einen schönen Garten angelegt hat und der Pfarrer vorbeikommt, den Garten anguckt und zu dem Mann sagt, es ist unglaublich, was sie mit Gottes Hilfe aus diesem Stück Acker gemacht haben. Und der Mann antwortet nur, ja, das stimmt, aber sie hätten mal gucken sollen, wie dieser Acker aussah, als der Herrgott sich noch alleine darum gekümmert hat. Also auch in der Natur, es ist ständig, das Leben besteht einfach aus diszipliniertem, kontinuierlichem Arbeiten. Und von daher ist es der erste Schritt einfach, um diese Fünf-Uhr-Rituale zu realisieren, zu erkennen, dass wenn man etwas Außergewöhnliches im Leben erreichen möchte, man etwas Außergewöhnliches tun muss. Und das war das Erste, was mich dazu gebrachte, dann tatsächlich morgens aus dem Bett zu kommen. Ich habe also in diesem Buch dann dokumentiert, ich habe also das Datum aufgeschrieben, fing an am 24. August, habe den Tag aufgeschrieben, an dem ich aufgestanden bin, habe das vier Tage hintereinander geschafft und dann hatten wir einen Abend, bei dem ich etwas Alkohol getrunken habe. Also das heißt, ich habe meine Ernährung schleifen lassen, ich habe mehr Fleisch gegessen als normalerweise, ich gehöre zu den Menschen, die, ich bezeichne mich als Gelegenheitsvegetarier, ich ernähre mich bei jeder Gelegenheit vegetarisch. Und da gab es eben im Rahmen eines griechischen Abends, Alkohol, Rotwein, zwei Gläschen, den Uso dazu, Fleisch, wie man es aus griechischen Restaurants kennt, sodass ich am 28. August nicht aus dem Bett gekommen bin, also von der Definition, wie ich das 5 Uhr Ritual definiert habe, versagt habe. Und der erste Schritt ist also tatsächlich zu sagen, ich schaffe es, morgens um 5 aus dem Bett zu kommen. Und wie gesagt, 5 Uhr ist nur ein Symbol. Es geht einfach darum zu sagen, man geht zwei Stunden früher, eine Stunde früher, was auch immer. Und dann hat sich das aber bei mir eingeschlichen, oder nicht eingeschlichen, aber so eingespielt. Ich bin dann morgens aufgestanden, habe dann im Garten 20 Minuten mal einen Sport gemacht und dann anschließend war ich im Pool, 20 Minuten schwimmen, so ein bisschen den Tagplan und anschließend noch 20 Minuten die Gedanken an das, was ich so an beruflichen Projekten umsetzen möchte. Im Nachgang dazu hatte ich dann noch eine Stunde Zeit, um die wichtigsten Dinge im Büro zu erledigen. Also hatte da einen kleinen Bürobereich mir dann auf der Terrasse eingerichtet und habe jeden Morgen den Sonnenaufgang miterlebt, was auch ein schönes Erlebnis war. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, was ist also in dieser Zeit passiert? Ich habe es tatsächlich geschafft, in dieser einen Stunde morgens, in der ich mich meinem körperlichen und geistigen Wohlergehen gewidmet habe, meinen Körper viel entspannter zu erleben, meinen Geist viel entspannter zu erleben, ausgeruhter und ausgeglichener zu sein, als ich es ohnehin schon bin. Und ich habe in dieser einen Stunde Arbeit mehr erledigen können, als normalerweise während vier, fünf Stunden eines normalen Bürotages. Dann war der Urlaub vorbei. Ich bin nach Hause gekommen wieder mit meiner Familie und habe dann einfach so meinen normalen Alltag wieder angenommen. angenommen, dachte, ich habe ja im Alltag die Zeit, um entsprechend die Sachen abzuarbeiten, die im Büro so anfallen. Und ich möchte jetzt einfach mal so exemplarisch zwei Beispiele von Tagen nennen, die komplett aus der Reihe geschossen sind. Der eine Tag war zum Beispiel, dass ich mit meinem Sohn vorhatte, morgens gemütlich frühstücken zu gehen. Ich hatte einen Termin vorher noch bei einer Massage und da sind wir hingegangen und dann hatten wir vor, dass wir zum Frühstück einen riesengroßen Eisbecher irgendwo essen, hier in Mainz, in einer Eisdiele. Also so ein Papa-Sohn-Tag, wo man Dinge tut, die einfach Spaß machen. Und wir hatten viel geplant an diesem Tag. Und als ich von der Massagepraxis wegfuhr, zeigte mir mein Auto an, dass einer der Reifen Luft verliere. Das Ergebnis war dann, wir haben es gerade noch bis zur Eisdiele geschafft, erstmal in Ruhe Eisbecher gefrühstückt und anschließend haben wir vier Stunden gewartet, bis der entsprechende Reparaturservice vor Ort war, bis entsprechend diese Reifenpanne behoben war. Wir haben die Zeit optimal genutzt, wir haben viel Spaß gehabt in diesen vier Stunden. Es wird ja nicht langweilig, wenn man sich miteinander versteht und kreative Gedanken hat, aber Fakt ist, der Tag war komplett anders geplant als erwartet. Anderes Beispiel, das wir gerade in den letzten Tagen hatten, es ereilt uns einfach der Anruf, dass ein Familienmitglied gestürzt ist und ins Krankenhaus kommt. Und auch da wirft das natürlich den kompletten Arbeitsplan durcheinander. Oder es kommt irgendeine E-Mail vom Steuerberater rein, dass dringend irgendwelche Unterlagen gebraucht werden oder noch Rückfragen sind. Wir alle kennen das. Es kommt eine Anfrage von irgendeiner anderen Institution, es kommen Kundenanfragen rein, es kommen private Anliegen von Familie, die Kita oder die Schule ruft an, dass irgendwie das Kind kurzfristig abgeholt werden muss, das Kind wird vielleicht ein bisschen kränklich oder, oder, oder. Also es gibt einfach ganz viele Dinge, die passieren und den Tag verplanen. Und interessanterweise scheint das aber erst nach Sonnenaufgang zu passieren. Merkwürdigerweise stelle ich fest, dass die Zeit zwischen 5 und 7 Uhr, in der ich diese 5-Uhr-Club-Rituale durchführe, tatsächlich so eine Art zeitlose Blase sind. Und ich habe gerade heute früh wieder erlebt, wie effektiv ich anderthalb Stunden an meinen Sprachkursen, an der Verbesserung und der Optimierung der Sprachkurse weiterarbeiten konnte und dann um 7 Uhr auch schon die ersten Coaching-Telefonate hatte. Es ist einfach, es ist wirklich ein unglaublicher Unterschied. Von daher möchte ich euch ganz herzlich dieses Buch empfehlen. Wie gesagt, die Geschichte ist absoluter Käse. Da bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Der Autor hat auch dieses Buch geschrieben, Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Kenne ich nicht, aber es ist auch auf der Bestsellerliste, wobei hier bei diesem Buch tatsächlich auch wieder sich zeigt, Bestseller wird man nicht, weil man inhaltlich so brilliert, sondern Bestseller wird man, weil man weiß, wie man Bücher verkauft, ein gutes Marketing hat und vielleicht auch einfach ein gutes Netzwerk. Also, die Geschichte ist Käse, aber die darin beschriebenen Erklärungen, warum 5 Uhr aufstehen gut ist für Körper, Geist und Umwelt und die Ergebnisse am Ende sind einfach das, was für sich spricht und dafür lohnt es sich. Und ich bin mittlerweile sehr dankbar dafür, dass es mir gelungen ist, auf der einen Seite meinen Lebensstil so anzupassen, dass ich morgens um 5 gut aus dem Bett komme. Und was so entscheidende Faktoren sind, ist abends nicht mehr zu viel zu essen, also sich den Magen nicht voll zu schlagen. Zum anderen verzichte ich auf Alkohol, wo immer möglich, weil ich tatsächlich auch seit ich jetzt hier mit meinem Karate-Training intensiver unterwegs bin, festgestellt habe, Alkohol ist eine nette Sache, um Socializing zu betreiben, aber man darf vom Konsum von Alkohol keine Leistungssteigerung erwarten. Und wenn man Leistungssteigerung möchte, körperlich, geistig oder sozial, ist Alkohol einfach in dem Fall der falsche Partner. Zum anderen verzichte ich auf Fleisch. Fleisch, wenn dann nur als Beilage, Schwerpunkt Gemüse, je grüner, desto besser. Wasser und einfach ein bisschen weniger essen, ein bisschen mehr bewegen. Und dann klappt das auch. Und 3 Liter Wasser pro Tag. Also man rechnet so 1 Liter pro 25 Kilogramm Körpergewicht. 3 Liter Wasser wären das in dem Fall bei mir. Ein bisschen mehr. Und dann klappt das auch mit dem Aufstehen. Dann wird das Gehirn gut durchgespült. Das Gehirn wird dann nachts anständig gewaschen. Und das ist auch etwas, was Wasser besser hinbekommt als Bier oder Rotwein. Tja, ich werde den Link zu diesem Buch in der Podcast-Beschreibung posten. Könnt ihr euch das Buch holen. Am besten in Kethes kleinen Bücherladen oder bei Frau Kuchenbecker in Oppenheim oder eben dann ansonsten auch bei dem Internet-Gigant mit dem großen A. Auch das ist in Ordnung. Denn wir leben in einer modernen Zeit und jeder entscheidet für sich selbst, wo er seine Sachen kauft. Ansonsten möchte ich euch noch ein zweites Buch ans Herz legen, das im Moment gerade neu rausgekommen ist. Und zwar bin ich gerade dabei, mein Abschlussdebüt an die Hypnose-Welt zu schreiben. Wer meine Vita kennt, weiß, dass ich jahrelang, 25 Jahre lang als Hypnose-Therapeut gearbeitet habe. Und jetzt wird quasi mein gesamtes Wissen auf diesem Bereich in drei Bänden publiziert. Band 1 ist jetzt draußen, Hypnose-Therapie-Grundlagen, Einführung Allgemeines und Grundlagen ist das, worum es geht. Und tatsächlich habe ich beim Publizieren einen heftigen Formatierungsfehler übersehen. Das heißt, wer die Chance haben möchte, diesen Formatierungsfehler tatsächlich auch im Buch zu sehen, sollte jetzt zugreifen. Ich werde nämlich in den nächsten Wochen diesen Formatierungsfehler beheben und dann im Zuge des zweiten Bandes, der dann rauskommen wird, so spätestens im Frühjahr, diese Formatierung auch beseitigt haben. Es ist auch geplant, dass die Hörbuchversion dazu rauskommt. Das läuft alles. Jetzt hat aber erstmal das Buch Speed Learning für bessere Noten. So wird wohl der Titel sein im Mentoring-Verlag. Der hat Vorrang. Aber auch dieses Buch, Hypnose-Therapie, werde ich euch in den Shownotes verlinken. Prima. Gut. Dann, was machen wir denn nächstes Mal? Wo habe ich denn meinen schlauen Zettel? Hier. Ja, genau. Nächstes Mal erzähle ich euch etwas über einen neuen Podcast. Und ich erzähle euch, warum meine Zimmerpflanzen inzwischen Namen bekommen haben. Gut. Also, dann für heute erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen, fürs Teilen und für Fünf-Sterne-Bewertungen. Wer keine Fünf-Sterne-Bewertungen geben möchte, kann mir schreiben, was ihm an dem Podcast noch fehlt, um eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben. Ansonsten schaut in die Shownotes, dort findet ihr den Link zum Fünf-Uhr-Club und ihr findet den Link zum Buch Hypnose-Therapie Band 1. Dankeschön und bis nächste Woche. Sobald